Hallo, ich bin Susanna und ich mache meine Lehre zur Kauffrau in der Internationale Speditionslogistik. Heute zeige ich dir einen kleinen Einblick in meine Tätigkeiten bei der Firma FIGELogistik. Komm mit! Das sind wir in der Abteilung Europa-Landverkehr. FIGELGEN haben keine Grenzen. Wir transportieren international, national und bieten Lagerdienstleistungen an. Damit man viel von der Lehre profitieren kann, wechselt man auch jedes halbes Jahr die Abteilung in die verschiedensten Bereiche der Spedition. In meinem Alltag betreue ich unter anderem auch Kunden, Sitzungszimmer reservieren und Material bestellen. Am liebsten habe ich den Kundenkontakt. Da kann ich sogar mein Englisch brauchen. Die FIGEL macht mit dem Lehrling eine dreitägige Haferreise. Man wird auch für gute Leistungen belohnt. Städten fährt, wie man einen guten Abschluss bekommt, sogar eine Reise nach New York scheint. Ich schätze bei der FIGEL sehr, dass man eine gute Betreuung bekommt von den Praxisbildern. Sei es schulisch oder praktisch. Ich finde es cool, dass auch im Haus noch neun andere Lernende im KV sind, mit denen ich mich austauschen kann. So, ich hoffe es hat dir gefallen und du wirst auch bald ein Teil der FIGEL Logistik. Also bewirb dich jetzt. Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.